Wir wollen mit E-Mobilität die schönsten Autos gestalten, die es jemals bei Audi gab. Die Basis für ein gutes Design sind natürlich die Proportionen und die Proportionen von dem e-tron GT sind einfach perfekt. Quattro ist einer der Urgene unserer DNA, auch in Zukunft und das machen wir in dem Auto in einer dramatischen Art und Weise sichtbar. Wir haben Muskeln über allen vier Rädern in einer Ausprägung, wie es die noch nie vorgegeben hatte. Beim Elektroauto ist die Aerodynamik von entscheidender Bedeutung, weil das natürlich die Reichweite verlängert und wir machen das zu einem wirklich sichtbaren Design-Thema. Das Besondere an dem Audi e-tron GT ist, das GT steht ja für Gran Turismo und für mich ist ein GT ein erstmal hoch ästhetisches Auto, aber es ist ein Sportwagen, der sich differenziert von einem super Sportwagen dadurch, dass er mehr Komfort und mehr Raum hat. Es ist ein GT mit dramatischen Proportionen, aber ich kann wirklich drin sitzen und das macht gutes Design aus. Wirklich die perfekte Verbindung aus hoher Ästhetik und toller Funktionalität. Der Audi e-tron GT ist wirklich das mit Abstand attraktivste und schönste Auto, das ich bisher gestalten durfte. Wirklich die